hallöchen ja wir haben ein bisschen weiter gebaut an der strecke und zwar weil es fun macht irgendwie jetzt haben wir hier noch eine kleine passage und dann geht es hier auch aufs regenfass auf den deckel da oben wenden zurück und dann die ganze sache von neuen auto ist immer noch komplett stock und pilot ist wie immer meine frau was heißt wie immer meine frau und los kurzer cut da war eine antriebswelle locker ja halt rtr sollte man immer mal schauen hat sich eine antriebswelle gelockerte matenschrauben aber easy going weiter geht es wir haben auch ein bisschen was geändert die ja nicht immer so hot hängen bleibt wo 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 man merkt deutlich dass das servo zu schwach ist alle guten dinge sind drei ja ja das sieht gut aus das sieht gut aus das wird was jetzt auf die härteste passage das ist versuchen hier zu drehen mehr hoch zu kommen und jetzt wenden versuchen dass wir zumindest unser plan hier wenden um dann hier wieder runter zu kommen mal schauen ob das so funktioniert ich halte das ding hier mal fest dass hier nur ein löse drauf liegt das was du noch mal zurücksetzen müssen das ist scheiße jetzt so reset oh oh du fällst runter da sind nämlich zacken noch dran ach ist das schon da heiß wieder ja 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 es donnert schon wieder das ist das da nachteil wenn man an vielen flüssen und sehen lebt Oh nein Gott, ich habe mich schnell zurück gesetzt. Oh yeah. Geschafft. Jetzt wolltest du zu viel. Was machst du denn? Ja, das war jetzt hier nochmal ein kurzer Überblick über die Strecke. Ganz lustig. Mal sehen. Ich werde mir immer mal wieder was Neues einem verlassen. Ist eigentlich ganz cool so. Muss man sich nicht so bücken hier. Weil man hier natürlich auf einer Erhöhung steht. Oder die Strecke ist auf einer Erhöhung. Ja. Würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.